Mutter schien nicht sonderlich unter der Situation zu leiden. Sie interessierte nur, wie schmerzhaft mein Tod für Martha war. Mich nicht mehr da zu haben, muss eine große Erleichterung für sie gewesen sein. Schließlich war es für alle besser, dass ich gestorben war. Und es war auch besser für mich, dass alle das dachten. Aber die Schuldgefühle begannen an mir zu nagen. Ich hatte furchtbare Albträume. Martha verlor ihre See Martha verlor Mata Valor ihre Seele Mata Valor ihre Seele Mata Valor ihre Seele Mata Valor ihre Seele so Mist, ich weiß, das weiß ich nicht mehr. Ich. Stahl. Ihre. Existence. Nein! Ah, verdammt. Na gut. Wäre gravierender gewesen. Aber ist ja nur die Identität, das ist ja okay. Ich stahl Ihre Identität. Ich stahl. Ich stahl. Ich stahl. Ich stahl. Nein, ich will das nicht wieder machen. Ich will das nicht wieder machen. Nein, 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 nein. Seit fünf Jahren will ich gar nicht mehr krank. Ja, 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 ja. Oh, ist viel schöner. Aus ihrer Sicht ist alles viel schöner. Oh, guck mal. Die Schmetterlinge, der Wald, die Blumen. Ah, naja, gut. Ist nicht schöner geworden jetzt, aber... Ah, die Schmetterlinge. Ah, ist... Ja, nun... Es war nur ein Traum. Ein schrecklicher Albtraum. Diese schreckliche Frau und das Gesicht meiner Schwester. Ich wünschte, das alles wäre nur ein Traum und meine Schwester würde in ihrem Bett schlafen. Stattdessen ist das hier die Wirklichkeit. Und ihr Bett ist leer. Das sind Martha und ich beim Patronatsfest. Das war erst vor ein paar Monaten. Und jetzt... Martha wollte ein Bild von mir für diesen Rahmen. Sie wollte, dass ich eine meiner Grimassen schneide, die sie immer zum Lachen gebracht haben. Grimassen, die sie nicht nachmachen konnte. Sie hat immer gesagt, das seien die Gesichter meiner Seele. Kann ein Foto die Seele einfangen? Kann ich Martas Seele einfangen? Naja, ich mein... Neues Kapitel. Das Zimmer. Sie könnt ja, äh... Ihr Gesicht da einfach reinheften, theoretisch. So, Space. Interessante Punkte. Guck mal, da unten ist wieder Tobi. Da ist der Tobi wieder. So, der wühlt da gerade ein paar Snacks zusammen. Gruselige Märchengeschichten. Alles wirkt in letzter Zeit irgendwie gruselig. Dabei ist hier alles so schön und hell. Äh, Rotkäppchen. Der gestiefelte Kater. Eins, zwei, drei, vier, fünf... Was ist das für ein Märchen? Tobi und die sieben Geißlein. So, noch mehr Märchen. Warte. Noch mehr gruselige Märchen. Mh, 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 mh. Na, so richtig gruselig ist das nicht, ne? Und das in der Mitte sieht schon wieder aus wie Rotkäppchen. Oma und Wolf ist für mich immer Rotkäppchen. So, Marta, dann zeig mal her. Martas Kleidung. Ja. Wenn ich sie trage, ist es, als wäre sie bei mir. Mama wird sich auch freuen, sie zu sehen. Das glaube ich auch. Oder ich könnte meine Kleidung aus dem anderen Kleiderschrank tragen. Ne, ich würde sagen, ich... Heute ist ein schöner Tag, heute ist Sonne. Ich sollte mich weiß anziehen. Oder war heute die Beerdigung? Weiß ich gar nicht. So. Errungenschaft freigeschaltet, der Magier. Weil ich ein weißes Hemd trage. Aber heute ist doch schön draußen. Da kann man doch ruhig mal... Okay. Dies ist Martas Schmuckkästchen. In ihm könnten Hinweise darauf sein, was passiert ist. Nein, ich glaube, ist das unser Gesicht? Ist ja auch gruselig. Oh Gott. Ah, da kommen wir noch nicht ran. So, mehr können wir hier auch gerade nicht machen, glaube ich. Da ist noch ein Bild. Unser schönes Zuhause. Trotz allem bin ich lieber hier. Ja, also schön ist es hier auf jeden Fall. Also das Haus ist sehr schön, meine ich. Das Haus ist sehr schön. Dann gucken wir mal, wie spät. Es ist ungefähr halb zehn. Okay, danke. Dann haben wir noch ein bisschen Zeit, glaube ich. So, das hier ist eigentlich unser Zimmer. Aber wir sind ja jetzt quasi Martha. Wir haben jetzt die Rolle gewechselt. Wir sind unsere Zwillingsschwester. Deswegen, nun ja. Mein Schmuckkästchen ist immer verschlossen. Okay. Okay. So. Oh nein. Wenn Mama dieses Foto sieht, wird sie es sofort wegwerfen. Lapu und ich. Ich möchte ihn so bald wie möglich sehen, damit wir gemeinsam über Marthas Tod trauern können. Lapu ist wahrscheinlich ihr Boyfriend. Die Schmetterlingssammlung, die Papa für mich gemacht hat. Unser Papa liebt uns wenigstens. Unsere Mama ist leider, ja, die hat nur unsere Schwester geliebt und uns gehasst. Nanni kommt mich bald besuchen. Ist das die Nanni? Oh, da ist die Nanni. Die Nanni mochte ich gerne. So im Intro zumindest. Auch mit den Märchen und so. Was haben wir denn hier? Ich habe alles, was ich brauche, immer in meiner Tasche. Mhm. Aber hat Martha das oder hast du das? Du hast die Tasche von Julia geöffnet. Hier findest du Gegenstände, die Julia immer bei sich trägt, so wie solche, die sie im Laufe des Spiels findet. Okay. Die Objekte sind unten links aufgelistet. Wähle ein Objekt aus, um es zu verwenden oder zu analysieren. Versuche nun den Schlüssel oder die Karte auszuwählen. Ich mach erstmal den Schlüssel. Der Schlüssel zu meinem Schmuckkästchen. Ah, na dann, let's go. Aber wir dürfen ja... Ihren Schmuck nicht tragen. Aktuell. Mein Tagebuch. Ah. Na dann zeig mal her. 12. Juli 1944. Das ist ein neues Tagebuch. Wir sind heute hergezogen und ich habe mein altes Zuhause vergessen. Aber das ist kein Problem. Ein neues Kapitel in meinem Leben. Ein neues Tagebuch. Sie sagen, sie haben uns zu unserer eigenen Sicherheit hergebracht. Papa, der Krieg und all die anderen Sachen. Nani hat uns ihr Haus zur Verfügung gestellt und passt auf die Villa auf. Es ist seltsam, nach all den Jahren wieder hier zu sein. Ich erinnere mich, dass Nani mir oft das Märchen von der Frau vom See erzählt hat. Es ist eine der wenigen glücklichen Erinnerungen aus meiner Kindheit. Nani ist leider nicht hier. Aber Martha ist da. Außerdem kann ich Lapu häufiger sehen. Das ist wunderbar. Er hängt hier immer herum. Mama ist zum Glück zu sehr damit beschäftigt, das Haus zu reparieren. Und hat keine Zeit, sich um mich zu kümmern. Zumindest momentan. Ich finde es schön, dass hier wirklich alles, alles verlesen wird. Finde ich echt schön gerade. 16. Juli 1944. Der Wald hat etwas Unheimliches an sich. Jedes Mal, wenn ich am See bin, habe ich ein seltsames Gefühl. Vielleicht ist es die Legende der weißen Frau, die mir Angst macht. Irgendetwas stimmt mit mir nicht. Erst spüre ich, dass jemand anwesend ist. Und dann habe ich das Gefühl, mir das nur einzubilden. Aber egal. Ich will ein paar Aufnahmen machen. Ich habe keine Angst. Ich würde eher sagen, ich bin ziemlich aufgeregt. Ich habe einige Dinge mit Martha ausgemacht. Sie kommt morgen mit mir an den See, um zwei neue Kameras mit Timern aufzustellen. Dann wollen wir sehen, was wir damit fotografieren. Natürlich erst nach einer kleinen Schwimmrunde. Um ehrlich zu sein, mag Martha Fotografie nicht so sehr. Und seit kurzem geht sie auch nicht mehr schwimmen. Aber sie verbringt gerne Zeit mit mir und ärgert mich. Wenn ihr dann langweilig wird, verschwindet sie in ihren Büchern und ich mache mein eigenes Ding. Es fühlt sich einfach richtig an, wenn wir zusammen sind. Sie ging also nicht mehr schwimmen so gerne. Verstehe ich, verstehe ich. Oh, guck mal hier. Seht ihr das? Oha. Oha, oha. Okay, ich gehe nochmal an die Seite zurück, ob ich was übersehen habe. Aber hier ist nichts. Hier ist nur Kaninchen. Oha, ist das cool. Okay, ich schließe mal eben wieder. Ja, Erich, ich bin gleich da. Ich gehe nur kurz nach oben und hole Martha für das Frühstück. Gut, aber ich bin mir unsicher, ob wir sie den ganzen Tag schlafen lassen sollten. Was meinst du? Was hast du gesagt? Ist gut, ist gut. Ich werde sie nicht aufwecken. Ich schalte nur ihr Licht an. Dann weiß sie wenigstens, wenn sie aufwacht, dass sie fürs Frühstück nach unten kommen muss. Sie denken wirklich, ich sei Martha und könne sie nicht hören. Ich muss aufpassen, dass ich nicht rede. Sonst bekomme ich ernsthafte Schwierigkeiten. Martha ist stumm. Übrigens. Oder war stumm. Warte, ganz kurz nochmal. Eine Sache nochmal kurz. Ja, gut. Ja, das sind Augen. Ja, das sind Augen im Stall. Im Kaninchenstall. Böse Augen. Aber. Ach stimmt, taubstumm müsste man sein. Wenn wir nicht hören können. Wenn wir auch nicht hören können und so. Die denken, die Martha können sie ja nicht hören. Dann sind wir taubstumm auf jeden Fall. Okay, ich würde da gerne ran. Aber. Der passt nicht, ne? Das ist der falsche Schlüssel. Ich brauche Ihren Schlüssel, wenn ich wissen will, was in Ihrem Schmuckkästchen ist. Ja, ja. Jetzt beruhige dich mal ein bisschen. Ja, deeskalier mal ein bisschen. Kann ich vielleicht im Schrank nochmal gucken? Oder können wir uns... Ich bin bereits angezogen. Du könntest dich auch mal umziehen, ja? Du hast das Schmuck schon ein bisschen voll geschwitzt. Was liegt da unten? Sind das Tabletten? Ich höre Musik. Ich glaube, da liegen Tabletten, ne? Oder sind das Filmrollen? Aber wir waren ja diejenigen, die gerne fotografiert hat, ne? So. Okay. Wie kriegen wir das denn auf? Haben wir noch irgendwas anderes im Rucksack? Wir hatten doch noch die Karte zumindest. Dass wir mal gucken. Ja, ja. Ich erinnere mich. Ja, ja. Space zum Ranzoom. Auch daran erinnere ich mich wieder. Ja, ja. Na gut. Und hier ist der See. Mit der Insel in der Mitte. Und der hat diese sehr interessante Geschichte. Okay. Schließen. Ich schließe erst mal. Ich würde wahnsinnig gerne an das Schmuckkästchen meiner Schwester... Ich gehe einfach. So. Was? Das klingt falsch. Aber es ist doch das Schmuckkästchen. Da ist doch... Also eigentlich ist es ja... Ja. Ich... Ich... Was soll ich... Wie soll ich das denn formulieren? Es ist das Schmuckkästchen und ich will da ran. Leute. Ich will da... Ich will da einfach mal reingucken. Ich will die Geheimnisse des Schmuckkästchens ergründen. So. Okay. Hier ist nix. Da. Wir haben noch das hier. Ich bin bereits angezogen. Okay. Da können wir auch nix gucken. Äh. Dann haben wir hier noch Schallplatten. Wir haben hier noch ein paar Bilder. Das bin ich mit Nanni. Oder vielleicht war es auch Marta. Niemand kann sich daran erinnern. Auch die Nanni sieht so lieb aus, ne? Die sieht so lieb aus. So. Ich würde gerne crouchen. Ich würde gerne sehen, was das ist. Ich will mir Sachen genauer angucken. Da ist so eine Ente. Ich habe noch immer die Bücher und Spiele aus meiner Kindheit. Ich mag sie. Das sind bestimmt so echte italienische Kinderbücher, wa? Die wir vielleicht nicht unbedingt kennen, aber... Äh. So. 18. Es ist der 18. Juli. 18. Juli. Wann hatte sie... Wann hatte die Dinge zu Nanni Geburtstag? Hm. Okay. Mehr können wir hier nicht machen. Die Dinger sehen halt so ein bisschen aus. Als könnten wir da mit Schlösser knacken. Aber ich kann hier halt nichts nehmen. Mit Leertaste vielleicht nochmal schauen. Mit Leertaste ist irgendwie gar nichts mehr. Am 26. Februar. Ach so, dann hat die EL Geburtstag gehabt. Nicht ingame. Oh, ihr habt einen Happy Birthday, ne? Okay, warte. Hier ist die ganze Familie zusammen. Ein sehr seltenes Ereignis. Hm. Okay. Aber ansonsten haben wir alles angeguckt. Wir kommen momentan nicht ins Schmuckkästchen. Irgendwas fe... Oh. Mein Kleid, das Martha getragen hat als sie. Das hab ich gar nicht gesehen. Aber ist da was drin? Vielleicht ein Schlüssel? Ich frag für'n Freund. Nee. Okay. Sieht auch cool aus. Hier ist gar nichts mehr, ne? Hier ist einfach nichts mehr. Nichts mehr. Nichts mehr. Ich hatte die Leertaste gedrückt. Aber hier, wir haben alles angeschaut. Das da ist ne Stromleitung. Die macht nix. Wir haben alles angeschaut. Ich glaub, wir kriegen das noch. Ich glaub nicht, dass es so mega versteckt ist, dass wir's gar nicht kriegen. Ich kann mir vorstellen, dass wir vielleicht unten erstmal... Unten erstmal rumsuchen müssen. Da geht's nicht weiter. Okay. Hier ist noch ein Bild. Wie schön der Schnee ist. Leider schneit es ja nicht allzu oft. Ja, das kennen wir. Das kennen wir. Auch hier schneit es nicht mehr allzu oft. Oh, wie schön ist draußen. So ein schöner Tag. Da wollen wir gleich mal hingehen. Aber erstmal im dunklen Früh die Bilder begutachten hier. Ja, die sind ein bisschen... Ein bisschen trist. So hier. Schön für Mama. Oh, warte mal. Shift, um zu rennen. Okay. Will ich aber grad gar nicht. Ich will nicht rennen. Lass mich. Ich will mir Bilder angucken. Gut, ich renne mal kurz. So. Ach, wir haben uns gleichzeitig alle Bilder angeguckt, ne? Hier sind diese komischen Drucke und so. Okay. So, warte. Vielleicht, weil du tot bist. Vielleicht, weil du offiziell tot bist. So, mal gucken. Oh, was ist das hier? Hm. Ein hässlicher Storch. Cool. Oder was auch immer das darstellen soll. Ich hab keine Ahnung. Marthas Frühstück ist fertig. Wir können gehen. Okay. Ja. Es wird langsam spät. Hast du die Zeitung für Martha dagelassen? Du weißt, wie gerne sie die liest. Ja, Irene. Sie liegt dort auf dem Tisch. Und die Kamera? Lässt du sie dort liegen? Ja, Irene. Kannst du sie noch ein paar Tage dort lassen? Macht es dir was aus? Sie war für Julia. Ich werde sie bald weglegen. Versprochen. Nur der Gedanke macht mich so traurig. Die Kamera dort zu sehen, ist als ob... Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Na gut, na gut. Aber lass uns jetzt gehen. Wir haben zu viel zu tun. Wir können nicht den ganzen Tag hierbleiben und plaudern. Der Erich ist aber so ein bisschen... Aber Mutter hat recht. Martha liest immer alles. Ich bin es, die jetzt stattdessen die Zeitung lesen wird. Sie werden den ganzen Tag unterwegs sein. Die Beerdigung vorzubereiten, wird viel Zeit in Anspruch nehmen. Und der Krieg macht alles noch viel komplizierter. In den nächsten Tagen werde ich sie wenig bis gar nicht zu Gesicht bekommen. Der Erich ist ein bisschen herausgefordert, ne, glaube ich. So, die Zeitung zu erledigen. Martha liest immer die Zeitung. Ich muss mich genauso verhalten wie sie, damit niemand Verdacht schöpft. Aber die sind doch gar nicht da. Die sind doch nicht zu Hause. Wir bewegen die Zeitung ein bisschen, dann passt das schon. Der Rahmen. Ich muss eines meiner Fotos in diesen leeren Rahmen einsetzen. Also der oben. Ich habe Martha immer gesagt, dass ich es tun würde, aber ich habe es nie gesagt. Das hätte ihr so gut gefallen. Die Kamera. Ich habe meine Kamera immer gerne dabei. Wenn man es am wenigsten erwartet, bietet sich die Gelegenheit für die perfekte Aufnahme. Okay, gut. Gut, gut, gut. Erst Zeitung lesen. L'Unione de Popolo. Popolo. L'Unione de Popolo. Gucken wir mal ganz kurz. Brutaler Mord in San Casciano. Julia K., Tochter einer angesehenen Familie, wurde in der Nähe ihres Hauses brutal ermordet. Die Karabinieri ermitteln. Ein mögliches politisches Motiv kommt ans Licht. Martha ist nicht der Politik oder dem Krieg zum Opfer gefallen. Sie wurde von etwas getötet, das viel naheliegender und doch viel weniger offensichtlich war. Ich werde die Wahrheit herausfinden. Aber wenn sie es doch schon weiß, dann, äh, okay. Brutaler Mord in San Casciano. Okay, ja, ja, Entschuldigung. Julia K., Tochter einer angesehenen Familie, wurde in der Nähe ihres Hauses brutal ermordet. Die Karabinieri ermitteln. Ein mögliches politisches Motiv kommt ans Licht. Okay, ein festes Bollwerk, auch im Himmel. Ein festes Bollwerk, auch im Himmel. 159 Flugzeuge der deutschen Verteidigung in 24 Stunden abgeschossen. Russische Operation nordwestlich von Jassi. Feindlicher Konvoi im Mittelmeer verloren. Zwei Zerstörer und sechs Handelsschiffe versenkt. Hm, zeitmäßig gerade schwierig. So, äh, wie komm ich? Ah, jetzt passiert automatisch. Julia K. Julia K. Erschüttert, aber vom Glauben gestützt, verkünden die Mutter Irene E., Vater Erich und Schwester Martha voller Trauer Julias Ableben. Die Beerdigung findet am Donnerstag, den 20. Juli um 15.30 Uhr in La Romola statt, ausgehend von der Villa der Verstorbenen. Hm, und hier unten noch erste Verbesserungen bei der Lebensmittelregistrierung. Erste Verbesserungen bei der Lebensmittelregistrierung. Die Brotrationen wurden ab dem 20. April um 50 Gramm pro Tag erhöht. Jeden Monat ein Kilo mehr an Suppenzutaten. Reformen zur Behandlung von Bauern und eine unerwartete Verteilung von Marmelade. Hm, Marmelade. Hm. So, Il Boletioni Germanico und hier oben noch irgendwas. I Fini di Guerra del Reich. Okay, ich kann es leider nicht übersetzen. Aber wir haben es mal gelesen alles. So. Auch wenn es gar nicht auffällt. Was ist das hier? Schokolade. Ein seltenes Privileg für Menschen in diesen Zeiten. Schock Haar Cola. Schock Haar Cola. Und hier noch für Julia, um viele weitere Fotos zu machen. Papa. Oh, der Papa. Der ist schon lieb. Für Julia, um viele weitere Fotos zu machen. Papa. Kamera haben wir jetzt auch. Ich kann überprüfen, ob die Kamera noch funktioniert, indem ich ein Foto mache. Ich könnte einen Spatz fotografieren. Hier draußen gibt es davon total viele. Ich könnte jetzt wie in der Demo. Ein paar Vögel könnten in der Nähe von Mäuerchen sein. Ich lege immer Krümel für sie hin. Ich könnte jetzt einfach hier lang gehen wie in der Demo und dann kriege ich wieder einen Blog-Eintrag von den Entwicklern. Das ist, glaube ich, keine gute Idee. Ich schaue trotzdem mal schnell die Butter an. Ja? Butter. Brot, Butter, Marmelade und Kaffee. Martas typisches Frühstück. Ich bevorzuge Honig und Milch. Aber ich werde mich ihrem Geschmack anpassen müssen. Offensichtlich. Überleg mal, du musst halt ein völlig fremdes Leben übernehmen. Das muss, wow, ist das furchtbar sein. Im tiefen Winter schlief ich dicht am Feuer und Nanni wurde wütend. Willst du zu einem Stück Holzkohle werden, Julia? Teller an die Wand hängen ist auch so ein richtiges Oldschool-Ding, ne? Macht man das heute noch irgendwie? Ich käme nicht mal auf die Idee, einen Teller an die Wand zu hängen. Papa sagt, dass der hier von uns hergestellte Wein außergewöhnlich ist. Ich hasse Wein. Ich bevorzuge Bier. Mhm, mhm, mhm. So. Oma und Opa machen das noch. Ja gut, da, wie gesagt, damals war das ein Ding. Aber irgendwie heutzutage? Weiß ich nicht. Das Familienwappen von Mama. Schon wieder? Die hat aber viele Familienwappen. Die hängen hier überall. So, mehr haben wir hier nicht, ne? Oder? Ich schaue mich nochmal um, aber mehr gibt es hier, glaube ich, nicht. Okay, Zeitung haben wir gelesen, haben wir alles gemacht. Und jetzt gehe ich einfach mal raus. Oh, schön hier. Es ist so schön, ne? Wenn gerade nicht... Es ist dieser Kontrast, es ist eigentlich gerade alles sehr schrecklich, aber hier ist gerade alles so schön. Da drüben hat Geralt irgendwo auch seinen, äh, seinen Weinbauernhof. Ach ja. Da wohnen jetzt Geralt und Jennifer nach Witcher 3. So, okay. Julia kann das Fahrrad nutzen, um sich schneller vorzubewegen. Okay, das ist gut, aber das wollen wir gerade nicht, ne? Ich schließe das mal. Denn wir wollen zu dem kleinen Racker da drüben. So, die Frage ist, fliegt der weg, wenn ich zu 100 rangehe? Dann habe ich verkackt. Aber ich glaube, das ist Hansa, ne? Rotkehlchen, glaube ich, oder? Kenn mich nicht aus. Sieht ein bisschen so aus. So. Kamera. Jetzt mache ich alles richtig. Du bist dabei, Julias Kamera zu benutzen. Es ist eine Rollei-Cord von 1940 mit 120mm-Film. Du wirst sie benutzen, um während des Spiels Fotos zu machen. Einige Fotos werden versteckte Elemente enthalten, die die Geschichte des Spiels voranbringen. Während du die Kamera hältst, erscheint ein Symbol, das Punkte von Fotografen und Interesse anzeigt. Dieses Symbol erscheint und wird deutlicher, je näher du dran bist. Drücke E, um die Kamera und alle montierten Zubehörteile zu sehen. Okay. Du hast noch keine Kameraskins freigeschaltet. Base. Okay. Okay, Entschuldigung. Ich stoppe die Betrachtung instant. Das. Immersive. Entschuldigung. Suche das Motiv, das du fotografieren möchtest. Und drücke Hm, um fortzufahren. Oder drücke Q, um den Kameramodus zu beenden. Okay. Ich glaube, wir haben unser Motiv. Du bist dabei, dein erstes Bild aufzunehmen. Um die Simulation zu vereinfachen, zeig die Bildvorschau die Einstellung an, während du diese an der Kamera änderst. In der Realität wird das Bild des Suchers durch das Sekundärobjektiv gesteuert und reagiert nur auf den Fokus. Okay. So, da sind wir schon dran. Ich würde aber vielleicht ein bisschen mehr grün, ne? Nicht den Vogel nur zentriert lassen, sondern vielleicht auch ein bisschen grün. Motiv erfasst unscharf. Q und E ist Neigung. So ist schon gut, ne? Höhe. Und jetzt kann ich ranzoomen. Bereite dich auf dein erstes Bildform. Wenn du still ziehst, kannst du fein anstellen. Okay, okay, okay. Rotation. Ja gut, ist klar. Erweiterte Einstellung. Belichtungszeit. Ah, okay. Ich mach schon ein bisschen heller. Damit die Sonne so ein bisschen rauskommt, ne? Fokussierung. So, Motiv erfasst. Versuche doch ein Foto von einem Spatzen zu machen, um die Kamera zu testen. Ja, ja, ja. Warte. So, das hab ich ja gemacht. Extras. Achso, hier oben noch. Wir haben nur einen Film. Einstellungsfeld ausblenden. Okay. Nein. Nach dem Schließen dieses Fensters stellst du die Kamera ein und drückst dann Space, um in den Aufnahmemodus zu gehen. Okay, warte. Ich würd gern mit ein bisschen mehr Himmel, ne? So. Ein Stück von Himmel. Und ich warte vielleicht, bis der, bis der wieder zu uns guckt. Glückwunsch. Du hast dein erstes Foto geschossen. Du kannst im Laufe des Spiels so viele Fotos machen, wie du willst. Aber denke daran, dass nur einige wenige für den Fortgang der Geschichte entscheidend sein werden. Später wirst du erfahren, wie du die aufgenommene Fotos entwickeln kannst. Großartig. Ja. Ich habe das Bild gemacht. Jetzt geht es direkt in die Dunkelkammer im Keller, um es zu entwickeln. Oh, ich bin mehr als eine Hose. Das irritiert mich.